Edebook ist seit 2004 ein spezialisierter industrieller Digitaldrucker. Wir sind spezialisiert auf Buchondimant und Kleinstauflagen. Wir produzieren Bücher, Lehrmittel, Ordnerinhalte und vieles mehr. Wir sind standardisiert, wir sind automatisiert und haben den richtigen Maschinenpark dazu. Wir produzieren ca. 100 Millionen A4 im Inkjet-Verfahren und ungefähr 600.000 klebengebundene Bücher. Durch die Standardisierung, die Prozessoptimierung, die Leistungsbereitschaft der Anlagen, sind wir heute in der Lage, 30% mehr Aufträge wie im Vorjahr zu verarbeiten. Wir haben einen Webshop, wir haben auch konventionell einen Verkauf Innendienst. Alle diese Aufträge werden bei uns im Cockpit gesammelt. Der ganzen Workflow von der Datenannahme bis hin zu Datenprüfung, Color Management und der Datamatrix-Herstellung ist vollautomatisch integriert. Mit der Datamatrix können wir sicherstellen, dass das Produkt komplett ist und dass der richtige Umschlag mit dem richtigen Inhalt verheiratet ist. Mit DigiSpeed, das bedeutet mit der Colostream und der IBRA 800, sind wir in der Lage, mittlere bis hohe Auflagen zu verarbeiten. Mit der IX und der CP Burg, sprich DigiSpeed 2.0, sind wir in der Lage, in Offset-Qualität Auflage 1 zu erstellen. Mit Canon, sprich mit unserer Colostream und unserer IX, haben wir zwei Geräte, die in unserem On-Demand-Workflow voll reinpassen. Zusätzlich schätzen wir die Nähe, die Professionalität und die Zuverlässigkeit der Drucksysteme. mit Lean 1.0. corn, überaxis Englert hotel